Und damit sind wir schon im Lootbox-Open-Ning etc. Ja, wir haben 20 Lootboxen. Wir fangen an und öffnen die ersten. Wir haben leider keine legendären oder sowas. Ganz normale Lootboxen nur. Aber da sind ja auch ab und zu mal ganz schöne Sachen drin. Wir nennen es mal, was ist drinne? Okay, wir haben ein Spieler-Icon. Das brauchen wir nicht unbedingt. Und ein Spray. Ach, Reaper mit Hoppla. Ja, das müssen wir natürlich direkt ausrüsten. Oh, da haben wir ein paar Credits. Wie viele sind es? 500. Und dann haben wir hier noch ein Spray von Echo. Ja, Echo. Echo Fresh. Echo Woot. Ja, das war die erste. Und wir haben... Einen Tanz. Das haben wir denn. Baptist. One up. Das ist wieder Super Mario unter den Charakteren oder was? Für dich immer noch, Sir. Für dich immer noch, Sir. Egal. Ach, das ist ein E-Mode. Yeah. Und ein Spray Reinhardt. Mit dem Helm. Endlich, wir haben das erste Reinhardt-Spray. Aber leider immer noch keinen Skin. Schade. Jetzt haben wir das Skin. Und zwar von Anna. Roadhog Wildhawk Power. Yeah. Wildsau. Ja. Er ist doch so eine kleine Wildsau. Was ist das? Ein Spray von Horizon. Das müsste... Ja, Winston. Da steht es ja auch. Winstons erste Spray. Sieht ein bisschen wie so eine Zeitschrift. So schöner wohnen auf dem Mond. Ein Skin Anna. Peridot. Das wird jetzt erstmal aufgeschrieben für... Die All My Skins. Gut, klar. Ich könnte es natürlich auch... Später machen. Aber warum später, wenn ich es auch jetzt machen kann? Nein, das ist nicht um... Tja, Granat. Ja, okay. Und ein Spray für Hanso. Ja, perfekt. Da haben wir ein Wölkchen. Machen wir doch gleich die nächste auf. Komm, wir haben auf jeden Fall was legendäres drin. Geld. Wir haben legendäres Geld. Spieler-Icon. Das nehmen wir hier. Aktuell haben wir ja Österreich. Kommt noch nicht aus Österreich, aber... Doom-Heini. Ja, komm, dann nehmen wir das oberste da weg. Für den habe ich so viel. Und nochmal 150 Credits. Achso, das ist Widowmaker. Schön, das ist ein schöner Spray. Schöner Spray. Oh, können wir direkt die nächste... So aufmachen. Aber das ist der Vorteil. Dann müssen wir nicht mal vor uns drücken. Ja, wieder Geld. 50. Da haben wir einen Spruch. Du, du, da, da, da. Ja. Wir haben noch ein Spieler-Icon von Zaya. Und zwar das 521, was auch immer das heißt. Es gibt kein Recht auf Dummheit. Es gibt kein Recht auf Dummheit. Das stimmt. Und direkt die nächste aufmachen. Wie schneller. Kein legendäres Beif. Aber ich glaube, ein Skin. Aber erstmal ein Spray für Lucio. Finde ich gut. Lucio-Sprays finde ich immer witzig. Flossenhoch. Flossenhoch. Ein Skin. Ja. Skin insgesamt Nummer 4. Also eigentlich Nummer 2. Wenn man das mal so rum betrachtet. Das heißt, ich muss wieder mit Seniatern spielen. Ja. Das heißt Luft. Luft. Letzte Luftbändiger hier oder was. Und noch ein Spray von... Oh, endlich mal was von Sombra. Es wurde doch langsam mal Zeit, dass ich mal was von Sombra bekomme. Jetzt fehlt eigentlich wirklich nur noch Junkrat. Ein Skin. Oder irgendetwas. Ey, das ist ja cool. Ein MySkin. Der sieht doch schön aus. Okay. Spiele-Icon ja von Pharah. Spray von Symmetra. Haben wir damit auch fertig. Also voll. Das heißt, bei All MySkins werden wir jetzt schon 5 Charaktere spielen. Juhu. Das letzte Mal hatten wir 14 drin. Schneemensch. Ist doch mal auch nicht verkehrt. Ich glaube, das war sogar der Skin, den man einmal so freischalten, glaube ich. Noch ein Reaper-Skin. Wortkack. Okay. Auch mal nicht schlecht. Nächste Lootbox, bitte. Oh, komm, was ist Legendary? Legendary. Ich glaube, ein Skin ist das eine Emote. Eine Siegerpose. Oh, auch nicht schlecht. Komm schon. Spruch. Ich kann keine Wunder wirken. Naja, meistens nicht. Ach, meistens nicht. Das ist ja aus der Schwitz. Die gute Mercy. Momentan haben wir Hirosh. Also nehmen wir sie sitzend. Hey, bei dir klemmt's wohl im Getriebe. Hey, bei dir klemmt's wohl im Getriebe. Oh, nice, is nice. Oh, die Hälfte haben wir schon rum hier. Mit der Ruhi-Zuki. Oh, drei. Drei Sprays. Das ist Hanso oder Genji? Das müsste Hanso sein. Ja, Hanso. Komm ich mal auf Genji. Ah, von Diva. GG. GG. Das, ach, das Bunny und Superstor. Ja, kann man mit leben. Spieler-Eigen Junkrat. Und nochmal, oh, noch... Ne, das ist Orisa. Oh, Orisa. Das Buch muss ich mir immer noch durchlesen. Ach ja, legendäre haben wir ja nicht. Dachte, so gibt's auch. Jetzt machen wir die Hälfte. Jawoll, Baptiste. Kann ich gleich schon mal aufschreiben, weil das ist definitiv ein Skin. Baptiste. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Auf jeden Fall haben wir von Ashy noch was. Was anvisieren. Hätte ich auch mal für Ashy'n. Schön. Ja, von Ashy'n haben wir ja das letzte Mal so richtig, richtig gute Dinger gekriegt. Ähm, mehr ist jetzt... Ah, jetzt komme ich nicht drauf. Skins, so. Wie heißt der denn? Okay. W-U-U-J. Wie schreibt er? Wusch. Wusch. Ist das Wusch? Okay, ich wollte zwar jetzt nicht ausrüst. Egal. Und wir haben noch von... Oh, Soldier, wie er unter seiner Maske aussieht. Aber wissen wir endlich mal... Soldier... Äh, nicht Sticker, Spray. Ab so. Und was legendäres. Eins gehen... Oh, am besten. Achso, das ist eine Siegerpose. Schade. Überragend. Wieso trägt der Mann keine Schuhe? Ich hab alles unter Kontrolle. Ja, Tracer, du hast immer alles unter Kontrolle. Oh, das heißt, wir haben jetzt schon sieben Skins. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall für Orma-Skins auf jeden Fall schon mal einiges. Das ist prächtig. Finde ich auch prächtig. Prächtig. So. Und notiert. Weil ich hake das ja dann auch immer so ab. Und nochmal ein bisschen Monetas. 50 Credits. Und die nächste Lootbox, BD. Entschuldigung, dass ich hier nicht mehr vor Freude ins Kettenhemd kacke. So wie diverse andere, die ja direkt hier... Ah! Boah! Uh! Legendäres geht! Ah! Uh! Iiii! Nein. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ja, du bist eine Ein-Mann-Armee. Wind Diesel. Ausgerüstet so. Scherschella Farm. Scherschella Farm. Was heißt das? Einmal bitte in die Kommentare, was es auf Deutsch heißt. Oder Jacques Noël, was da steht. Ich hab nämlich absolut keine Ahnung. Das ist ein Spieler-Icon. Von wem eigentlich Orisa? Ach, ja, Spieler-Icon. Toten. Ja. Und ein Spray für Symmetra. Hab ja auch noch nicht genug. Können wir eigentlich das wegnehmen? Das ist hässlich. Ja, tut mir leid. Aber ich hab auch Ansprüche. Gut, Box aufmachen. Ja, was legendäres drin? Bitte linken deren Skin. Äh. Siegerpose für Echo. Naja. Oh, jetzt kriegen wir aber ziemlich viele Sprays für... Ich will nochmal ein Skin für Symmetra... Äh, nicht Symmetra. Äh, für Sombra, für Junkrat. Highlight-Intro. Hm. Wir haben bisher das Standard-Ding und den mal drückwärts Salto. Und... Ja, Reinhardt ist alt, aber oh-ho. Akylis Blondes, das war der Hammer. Ungehanisch. Nehmen wir das mal weg. So. Ein paar Lootboxen haben wir ja noch. Oh, wieder was legendäres drin. Yes! Was haben wir? Geld. Oh, Siegerpose von Winston. Nachdenklich. Aktuell haben wir was mit einer Brille. Ja, dann nehmen wir doch die Denkerpose, weil... Er denkt. Er ist ein denkender Mann. Soft Eyes. Gott, das sieht aus, als wenn ein Wölkchen am Kacken ist. Mal ernsthaft. Auf jeden Fall Geld. Oh, 150 Credits. Ja, das ist natürlich geil. Ich träumte, ich sei ein Schmetterling. Zenyatta träumte, er sei ein Schmetterling. Yeah. Zenyatta hat zu viel geraucht, hab ich das Gefühl. Roast. Wir haben ein Zaya-Skin. Muss ich mal sagen, dass es ein Skin ist? Ist es ein Skin? Ja, es ist ein Skin. Sombra! Ein Spray. Dann noch ein Spray für Torbjörn. Kriegt er auch in dem was ein zweites? So, wie heißt denn der Skin? Violent. Ja. Zaya bekommt den Skin... Violett. Bisher noch kein Charakter. Doppelt. Beim letzten Mal hatten wir ja Farrah zweimal und Ashy hatten wir auch zweimal. Was relativ cool war. Und McCree, glaube ich, hatten wir auch zweimal. Jetzt haben wir bisher noch gar nichts. Doppelt. Also doppelt im Sinne von zwei Charaktere, die Skins gekriegt haben. Also ein und derselbe Charakter, der jeweils zwei Skins gekriegt hat. Spieler-Icon von Mercy, okidoki. Und Spray für Reaper. Ja, dann haben wir den ja auch komplett. So, alles vier. Dann haben wir noch 50 Credits. Und... Faust? Fragezeichen? Ach Gott, damn it. Kriegen wir auch echt so viel, ne? Von Doomfist krieg ich so viel und ich mag ihn einfach nicht. Seht ihr, ich muss ihn nicht mögen. Okay, das ist kein Skin, das ist eine Siegerpose. Knieend. Boah, kann ich mitleben. Böp, 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 bü. Wir haben jetzt Vuvü, Du-Du-Da-Da-Da und Böp, 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 bü. Das klingt, als wenn ein Kleinkind redet. Ja, Spieler-Icon von Farrah, auch nicht verkehrt. Und wir haben endlich mal überhaupt irgendetwas von... Ach ne, wir haben schon was von Junkrat, aber... Wir haben ein Spray von Junkrat. Wuhu! Ich hoffe ja nichts legendäres. Aber wir haben ein Skin von Brigitte. Brigitte. Oder Bridget. Bridget Jones. Ein Spray für McCree. Das ist doch das Gegenteil von Ashy, was wir da gerade hatten. Okay, das ist ein cooles... ...Dinge, dann können wir das Poster auch wegnehmen. Weil das finde ich richtig cool, das ist... So, Skin. Bla. Der Skin heißt Bla. Wahrscheinlich blau sein. So, und was ist das? Anna, zögern. Okay. Baumschmuck und zögern. Hm. Wie viele Lootboxen haben wir eigentlich jetzt noch? Komm, was lege der, was lege der? Ja, es ist was, lege der, was er bitte kann. Endlich! Ein! Zwei Skins! Jawoll, ja. Also, wieso kriegt man die Skins immer erst in den letzten... ...Dingern? Also für Wrecking Ball... ...haben wir einen. Und für D.Va... Mal gucken. Aber erstmal sind wir hier bei Siegerpose. Genji. Aktuell heroisch. Und hier ist die Schuriken. Nehmen wir doch mal. Da haben wir natürlich noch ein Spray... ...für Symmetra. Wann bekomme ich so viel für Symmetra und Lucy? Ja, weil ich mit denen am meisten spiele. Weißes Kaninchen. Okay. Das weiße Kaninchen ist so ein bisschen Alice im Wunderland mäßig. Aber überhaupt mal... Der erste Skin für... ...Ette hier. Und für ihn haben wir... ...Chlorid. ...Chlorid ist... ...aber immer noch kein Charakter, der zwei Skins bekommen hat. Oh, wir haben nur noch eine einzige Lootbox. Ja. Komm, da muss jetzt aber was richtig Gutes drin sein. Hm, hab nichts gesagt. Okay, wir haben ein Spieler-Icon von Moira. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein Spray für Ashy. Immerhin ein zweites. Dann haben wir noch 50 Credits. Und von Lucio den Stern of Walk of Fame. Einen werde ich aber nicht ausrüsten. Obwohl doch. Ja, das soll es auch gewesen sein mit den Lootboxen. Als nächstes kommen wieder All My Skins. Elf Charaktere haben wir. Zwei einmal Sigma mit Maestro Tracer in ihrem Comic. Dann halt die, die wir gesehen haben. Mit Anna, Senyata, May, Baptist, Borat, Zaya, Brigitte, Diva und Wrecking Ball. Bis dann wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Und sage auch wieder geschaut, gesehen. Und ihr kennt das Spielchen. Aber Feed Life ist es. Musik